Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, krass, oder? Was machen die denn mit meiner Mutter? Also entweder sind das tatsächlich die letzten Idioten oder die cleversten Profis, die ich je erlebt habe. Schmeiß du mal Ente hacken rüber? Frau Lust, zurückbleiben bitte. Was war denn das jetzt? Was machen die da bloß? Hey, Bunny! Hey, die hat wohl hergeschaut. Ja, das war's. Wie du so eine schwule Kassette machst, so fettes Theater. Boah, krass. Erkan und Stefan, krass im Kino. Gut, oder?